ja ich habe schon wieder vergessen das mikro aufzudrehen so und weiter geht ich muss auch kurz wussten moment ja so fangen auf einem gut an sofort mit dem husten anfall was wollte ich machen was wollte ich machen du bist ein schwein warte 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 da haben wir letztes mal nämlich gar nicht dran gedacht schwupps brauchen nicht nur werkzeuge wir brauchen auch waffen und zwar hätte ich gerne ein schwert ach so drei sind nötig der ohr ich wollte gerade sagen so inventory schwert jetzt immer noch da die axt brauchen wir die brauchen wir jetzt nicht gut dann gucken wir mal ob wir hier schafe in der nähe finden wenn ich jetzt zu weit weglaufen werden wir das nie wieder finden rennt aber auch kein schaf durch die gegend zufällig noch mal noch was rotes gefunden tomate tomate nehmen ein paar äpfel mit nach vorne sind tiere da sind schafe aller wie oft soll ich das treffen gut wir nehmen uns alles mit was wir kriegen ist klar nee warte mal wir brauchen wir haben wolle da sind die schafe ich renne jetzt nur noch den schafen hinterher er muss das gedrückt halten inventar nehmen wir das mit wir brauchen auch so viel davon und das ist gefällt mir gerade gar nicht aus dem kümmerstecken wenn ich stecken das ist das überhaupt alles löst sich gleich auf ich habe keine ahnung mehr wo wer kam ich renne mal in die richtung alter wir müssen hier eine ganze schaue ich drücke mal auf e ich glaube wir brauchen 32 davon ich weiß gar nicht ach das wird leder sein das ist behindert was ich gerade mache ich renne den schafen hinterher das sollte ich nicht tun ich drücke immer auf e noch ja ich will hier nichts verkommen lassen das ist mein problem gerade die anderen schafe die sind weg ok oder wir gucken mal hier da ist noch eins ich sehe gerade 12 sehe ich noch ja hau doch drauf junge sind wir das eine natürlich nicht wieder pass auf und sich 24 das nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch noch mit und wir kamen von dane ja da ist das andere schaf ich finde schade dass man hier so viele tiere töten muss um irgendwas zu kriegen das finde ich ein bisschen nachteilhaft hier dran schon wieder was können wir wegwerfen eigentlich nichts ne wir haben nichts zum wegwerfen ach man die möchte ich auf jeden fall nicht wegwerfen was das überhaupt schafsfell schafsfell ach komm wir machen das so ist was sind das für welche birke ist okay die können hatte die pflanzen war eben an die pflanzen war an und dann passt das schon birke ich hoffe wir kommen jetzt nicht hier in predulie dass wir überfallen werden ich drücke immer auf e so und dann gehen wir nach hause ich glaube hier war die ganz toten schafe hier rumliegen ich hoffe die die spawnen irgendwann wenn wir jetzt erst mal pennen und dann basteln wir uns gleich ein bettchen wir gehen erst mal pennen so ich hoffe der hat das auch gespeichert oder ach so ich wollte ich wollte schon die ganze zeit gucken ob es hier so eine schnell speicher funktion gibt nein gibt es nicht so gut so dass baller war jetzt erstmal hier rein an die hatte wir wollten uns mal alle verboten warte 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 holz brauchen wir haben wir mit so pass auf lebensmittel packen wir hier rein und so wildbrett das müssen wir wahrscheinlich beraten und sie dass ich war ich hoffe das vergammelt nicht ich finde es wie gesagt immer noch so schade dass du wirklich so viele tiere abschlachtest um ein bett zu kriegen das lassen wir mal mit das lassen wir auch mal hier aber das ist halt so typisch der mensch wir dürfen für alles töten das ist halt so jetzt packen wir damit rein wer sowieso darauf arbeiten dass wir uns von feld erträgen und so ernähren haben wir noch kartoffeln kartoffeln brauchen wir gerade auch nicht kirschen ich bin mir nicht sicher die erdbeeren lassen wir auch mal hier so holz pass auf machen wir uns erstmal waffen das war hier nebenan wir gucken mal direkt auf uns ein bett bauen können betten das kann man nicht bauen wir brauchen 32 mal wolle für ein bett jetzt musst du dir rein tun wie viel schafe sollen wir dafür abschlachten aber was ich letztes mal rausgefunden habe das wollte ich auch eben noch ausprobieren f baumwolle baumwolle pass auf wir nehmen die baumwolle in die hand club gehen hierhin so und dann machen wir einfach mal eine garten rolle und jetzt kann es jetzt so lange durch machen glaube ich wie du ja doch wollte eigentlich schon lange draußen am baum sein aber ich gucke gerade auf die aufnahme können uns hier gern rollen ohne ende machen das heißt ohne ende nicht wir machen uns erstmal den dann haben wir ein bisschen mehr platz haben jetzt dadurch auch nicht nur weiß nicht ob die sich decken lassen ich hoffe es einfach mal aber ich glaube gar eine rolle brauchten wir ich weiß nicht wie das mit dem papier geht ich wollte es auch noch rausgefunden haben gibt es ja irgendwie eine maschine für eine presse geben macht die mal eben kurz durch ich hätte erst das kleine mitnehmen sollen zum ausprobieren nein das geht natürlich nicht wir müssen sofort den größten vorrat plündern den wir haben und zwar noch ein webstuhl bauen das ist so unglaublich unfassbar viel hatte mal vielleicht brauchen wir die auch gar nicht können wir nicht stoff daraus garn herstellen hätte ich jetzt umsonst so viele schafe getötet dann können wir das nämlich lassen so kommen das war's warte mal ich packe die mal eben kurz hier rein wir haben 16 wir haben noch mehr gemacht als 16 oder haben wir echt nur 16 mal ach da waren die 28 da ist die wolle okay warte machen die machen wir auch noch eben ich weiß zwar nicht warum aber irgendwie habe ich das bedürfnis das gerade zu machen dann hält das braucht man nicht mal wieder neu damit anzufangen so warte ach ja drücke mal auf 11 dass er sie drauf packt aber du hast sie ja quasi in der hand also das spiel das spiel ist unglaublich komplex das soll man nicht glauben wenn man die anfänge erlebt hat was hier draus geworden ist es ist wahnsinn so dann brauchen wir eine 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 war das ich guck mal hier so warte mal türen badezimmer in der kist nachschauen rohstoffe sitze verschiedenes nein dekoration vase deckenventilator ja geil auch wie schön ich freue mich schon daraufhin was nächste weihnachten kommt gut wir haben jetzt gerade mal den 9 januar ich freue mich schon gardinen jalousie alter wie geil ist das denn bitte bauelemente nein verschiedenes war es auch nicht gut ich glaube hier war das drin unter werkbänke ne webstuhl vier eisenstäbe das heißt wir brauchen erstmal ein ambos dafür brauchen wir 24 eisenbarren das wird sich so rausziehen hier alles es wird richtig richtig interessant werden noch so ich brauche erstmal die hacke wird für eine kacke ja schon überlegen ob wir das nicht ob ich das nicht auf screen mache das terraform oh mein gott das wird richtig ätzend werden das sage ich euch jetzt wo es geht eigentlich relativ zügig falls die hacke nicht irgendwann kaputt geht haben wir letztes mal eigentlich noch eisen im ofen gehabt ich glaube auch mal eben gucken ja doch das geht relativ zügig und das wird auch relativ gerade ja das kann man machen aber hier habe ich das was ich hier habe ich das wovon ich bei minecraft immer geträumt hatte dass nicht alles so genau auf einer ebene ist und darunter kommt gras raus warum so ich guck mal gerade ja dann gleich mal eben noch nach eisen gucken ich mach mal eben das kleine stück hier noch aber ich glaube hier kann man gut drauf bauen das glaube ich schon müssen wir gleich mal langsam anfangen uns über den boden gedanken zu machen wir brauchen eine blockbank auf jeden fall weil ich hätte ach das scharf oh mein gott es tut mir so leid aber das spiel zwingt einen halter zu und das ist das was ich so blöd finde dass es da echt keine alternativen gibt für machen wir die ecke eben noch fertig hier ja ne ja die machen wir fertig ich höre was knistern sind wir so nah am ofen mal wenn ihr drauf was ist dieser feuerknister was ist das müssen wir gleich mal eben was trinken und das könnte echt interessant werden das heißt könnte es wird interessant ist natürlich okay minecraft mussten wir auch immer so ein bisschen terraform wenn wir ein haus bauen wollten und hier geht es glaube ich sogar ein bisschen schneller gefühlt so gucken wir zwar einigermaßen hier eine gerade fläche ja schön wir gehen mal eben zum ofen kann ich hier nicht was mit dem machen ich drücke schon wieder auf e auf f nein ja wir lassen den körper einfach verschwinden müssen da nicht so viel tut ach das ist das schwein warte mal wo ist denn meine ach da was sagen muss denn meine höhle terraformen ohne ende es wird echt lustig müssen wir haben wir holz mit ja haben wir und pass auf die ballern wir mal direkt darin ok und dann schalten wir das gerät mal wieder ein und machen hier noch ein bisschen wir brauchen vielen 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 Dank.